Hinter dem Konzept steckt, dass wir ein interreligiöses Konzert spielen und so viele Glaubensgemeinschaften wie möglich musikalisch vertreten. Wir fanden es einfach toll. Religion verbindet die Menschen, Musik verbindet die Menschen. Ich finde, das hat dieses Orchester sehr gut rübergebracht. Also hier beim Workshop mitzumachen war für mich eine echte Freude. Ja, ich war großartig. Musik